Platzt der Transfer doch noch? Lange war über einen Wechsel des französischen Weltmeisters Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München spekuliert worden, nun ist der Transfer fix. Im Sommer kommt Pavard zum Rekordmeister. Quelle, t-online.de Bereits vor Wochen verkündete Bayern-Sport-Bedirektor Salihamid Zick, dass Stuttgarts Pavard-Beausstiegsklausel zum FCB wechseln wird. VfB-Boss Reschke ist vom Vorgehen der Bayern irritiert. Ein Winterwechsel von Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart zu Bayern München hat sich trotz des Bemühens des Rekordmeisters zerschlagen. Bereits im Januar verkündete Bayerns Sport-Bedirektor Hasan Salihamid Zick allerdings, den französischen Weltmeister spätestens im Sommer nach München holen zu wollen. Dazu würden die Bayern eine in Pavards Vertrag verankerte Klausel aktivieren. Diese soll auf 35 Millionen Euro taxiert sein. Der Umwordene selbst bestätigte den Wechsel im Gespräch mit Bild bereits, als aber dann das Angebot des FC Bayern kam, musste ich keine Sekunde überlegen. Bayern ist für mich der beste Verein der Welt. Ich will die Historie dieses Vereins fortsetzen, dort viele Titel gewinnen. Der Dial schien damit quasi fix zu sein. Doch nun schaltet sich VfB-Manager Michael Reschke ein. Zumindest in Bezug auf den aktuellen Stand der Verhandlungen zeichnet er ein anderes Bild. Da es noch keine Transfervereinbarung zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern gibt, können wir einen Wechsel von Benjamin Pavard für den nächsten Sommer auch nicht bestätigen, erklärte der 61-Jährige gegenüber Sport-Bed. Laut Reschke habe Salihamidzik ihn Anfang Januar kontaktiert, um zu erfahren, ob ein Pavard-Transfer bereits im Winter möglich sei. Nachdem Reschke dies abgelehnt habe, habe Salihamidzik ihm gesagt, dass der Rekordmeister besagte Ausstiegsklausel ziehen werde. Gemäß des Sportbild-Articles fühlen sich die Stuttgarter vom Verhalten des Rekordmeisters, der den Transfer ohne eine schriftliche Vereinbarung mit dem VfB bereits verkündete, vor den Kopf gestoßen. Zumal sie auch weiterhin noch Angebote für Pavard bekämen. Einem Wechsel des Franzosen zu Bayern steht natürlich dennoch nichts im Weg, zumal der VfB nicht bestimmen kann, welcher Klub die Ausstiegsklausel ziehen darf. Liebe Leserinnen und Leser Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team